Was ist die Saperion-Perceptive-Partnerschaft bei Laufenberg-Wert schon sehr lange? Seit ca. 15 Jahren machen wir Projekte im ECM-Umfeld und Schwerpunktthemen, die heute da sind, sind Rechnungsprüfungen, Freigabeprozesse und letztendlich elektronische Akten. Der Vorteil der gemeinschaftlichen Lösungen ist, dass wir weggehen von dem Thema Individuallösungen, mehr zu einer Standardlösung, wir nennen es Template, das heißt also 80, 90 Prozent der Funktionen sind in diesen Lösungen schon enthalten. Wenn wir über das Thema Personalakte sprechen, wenn wir über das Thema elektronische Vertragsakte sprechen oder Accounts Pable, das führt dazu, dass wir recht schnell in der Einführung sind. Ein Beispiel aus der mittelständischen Industrie, sprich Fertiger für Sonnenschutzsysteme, dort ist die Personalakte und Vertragsakte in weniger als zehn Tagen eingeführt worden und der Kunde konnte sofort loslegen, hatte die Möglichkeit, auf seine Akten dann mehr oder minder zugreifen zu können. Sprich, der Nutzen ist sofort da, das heißt, ich kann sehr schnell auf Dokumente zugreifen, ich kann gesichert auf Dokumente zugreifen. Das bedeutet immer letztendlich, möglichst schneller ROI. Die Perceptive und Laufenberg haben sich entschlossen, diese Akten gemeinschaftlich durch Laufenberg weiterentwickeln zu lassen. Das heißt also, Perceptive liefert die Basistechnologie, Laufenberg erstellt die Solution. Und in diesem Umfeld, neben den Themen Personalakte, Vertragsakte, wird es sicherlich weitere Aktenthemen geben, sprich elektronische Fuhrparkakte, elektronische Projektakten, Kundenakten etc. Also all das, was wir heute in Papierform als Akte uns ausgedacht haben, in elektronischer Form abbilden zu können. Unser Ziel ist letztendlich, die IT so zu gestalten, dass die Motivation oder dass Mitarbeiter dazu motiviert werden, gerne mit dieser IT zu arbeiten. Das ist einer unserer Hauptziele und daher hoffen wir uns auch von den neuen Technologien, von Perceptive, weitere Fortschritte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017